Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. So, wir gucken... Ne, das war falsch. Warte, wir gucken hier. So, was müssen wir denn machen? Karneval des Todes? Das kommt später, das machen wir automatisch. Das Rätsel des Regenten... Mr. Strauss. Das kommt später. Dunkles Blut. Unser... Also, das ist das Ding. Wir müssen das jetzt machen. Alles klar, machen wir alles. Kein Problem. Erstmal Steuerung checken, zack, aufmachen. Lübt. Jetzt geht es weiter. Musste erst mal gucken, wie ich dieses Spiel überhaupt jetzt aufgenommen bekomme, weil irgendwie hat er rumgespackt mit OBS. Jetzt habe ich ein anderes Programm benutzt und dann ist alles gut. Okay, ich höre auf. Ist gar kein Problem. So, dann wollen wir mal gucken, wo muss ich denn nämlich jetzt hin? Das ist nämlich eine ganz, 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 ganz heikle Frage. Jetzt muss ich erst mal gucken, nicht, dass hier irgendwas passiert und irgendwas kaputt geht. Oh. F10 war falsch. Das wollte ich nicht starren. An, aus. Wir lassen es erst mal an. Ach, keine Ahnung. F5 war es, genau. Und hier Grain, aber das ist gleich aus. Nee, Moment, jetzt ist es an. Ich will es aus haben. Danke. Das an, das aus. Sehr gut. So, jetzt sind wir bereit. Okay, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Hier kommen wir zum Beach. Oh, warte mal. Hallöchen. Hey. Ja, mit dir doch immer. Alter, wo ist meine Maus hin? Um wie viel willst du? Nee, du musst gerade... Okay. Geil. Okay. Mein Reichtum entspricht deinem Preisschild. Aber natürlich... Hier entlang. Ich weiß, wie es läuft. Hier, wir gehen mal hier hin, ne? Und komm mal her, mein Schnuckelchen. Nee, komm mal her, Schnuckelchen. Hier in die Ecke musst du kommen. Ja, hier ist gut. Ähm. Okay. Ups. Wir laden einfach nochmal. Ist ja kein Problem. Warum hat die... Ach, ich hätte mit dir reden müssen, ne? Scheiße. Okay, wir machen das Ganze nochmal, weil ich will meinen Blut da ein bisschen auffüllen. Hey, Honey. Hi. Eins. Für dich, Honey? Ja, kein Ding. So, zack, komm. Lalalalalala. Oh, das ist zu publik. Wer bist du? Schön, dich zu treffen. Ich bin fort. Na gut, dann hier entlang. Komm mal mit. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch ein etwas stilleres Örtchen, und zwar hier in dieser wunderschönen dunklen Ecke, wo dir auf jeden Fall nichts passieren wird. Okay, dann komm noch ein bisschen weiter. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Na gut, dann pass auf. Ich habe noch zwei, drei andere Möglichkeiten, die wir mal eben testen können, und zwar gehen wir hier lang. Ja, wo gehen wir jetzt hin, Scheiße, du? Hier in die Ecke. Die Ecke ist super. Pass auf, hier. Hier? Ist du hier? Wann ist denn zu öffentlich? Jetzt kack hier nicht rum, komm her. Ich zeig's dir. Äh, und, also, sogar mit Dressing und Senf. Oh ja. So, wir müssen ein bisschen auffüllen. Dürfen sie natürlich nicht töten, das wäre uncool. Deswegen hören wir jetzt mal auf. Ein bisschen aufgefüllt. Sie fand's ganz geil. Ja, sie hat hier noch ein Fuffi drin. Entschädigt für alles. So, wir gehen mal weiter. Habe ich eigentlich die im Krankenhaus? Ja, die habe ich gerettet, ne? Genau. Das habe ich getan. So, wie gesagt. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Strand. Genau. So. Second Street. Und hier ist dann die First. Ne, hier ist gar keine Street. Okay, dann macht er nix. Ähm, wir gehen mal zum Strand. Warte mal. Doch, wir gehen zum Strand natürlich. Wir gehen hier nämlich unten lang. Dann kriegen wir gleich... Nein, Katze, nicht. Geh weg. Wir schlafen. Katzen immer nerven, nerven, nerven. So, wir gehen zum Strand. Da kriegen wir gleich ne neue Quest. Äh. Sind es gar die Dämonen, die den leichtfüßigen Gott zerbrochen haben? Du siehst die verknoteten Fäden meiner kommenden Tage. Sprich doch weiter. Möge der Mond deinen Pfad erhellen. Schattenseherin, liebe wohl. Nö, die versteht absolut gar nichts. Ist klar, ich rede nochmal mit ihr. Ja. Die Zukunft bringt mich vielleicht zu dem, was du siehst. Hm. Also, ich sehe den Nunkelfater und den, der vor ihm steht, ja. Ja, das Grab wird den Nachthimmel erhängen. Gut, 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 gut. Versuch es nochmal. Vielleicht kannst du die dunkle Vision mit mir teilen. Ich weiß nicht, was ich sage. Vergiss, was ich sage. Sag mir den Weg, den der Schicksal mir bereitet hat. So, nimm den 20 Goldstücke und verkünde deine Rätsel. Berichte mir von den letzten Nächten und was sie mir bringen werden. Er ist nicht die. Aha. Und geradeaus, ne? Wem kann ich mein Vertrauen schenken? Der Mann auf der Couch. Der Mann auf der Couch. Ich denke mal, der einsame Wolf ist der... Wie hieß der Jack? Ja, ne? Den man am Anfang gesehen hat. Die anderen, also der Mann auf der Couch. Sag mir jetzt noch nichts. Wenn sehen. Welche Schatten wollen mich verfluchen? Wo lauern die Schlangen? Sag mir, wer eine helfende Hand gebrauchen kann. Welche Bedeutungsschwangeren Worte? Welche Schicksalhafte Wendungen hast du, die mir meine Zukunft retten? Okay, ich lasse es zu. Wer, was? Wer entwendete mir mein gerädertes Vehikel in der Klasse vor der Sechsten? Schade. Werde ich als Sieger dastehen, wenn der Vorhang fällt? Ja gut. Ich habe dafür genauso viel gezahlt, wie ich dir gegeben habe. Danke. Das war erhellend. So, jetzt reden wir mal mit denen hier. Ich werde keinen Schatten auf deine Flammen werfen. Kränklicher Kleiner. Okay, lass uns Worte austauschen hier unter diesem totgeweihten Mond. Warum ziehen die Wölfe die kleinen Schwächlinge ab? Das Blutwesen Clans ist es denn, welches in euren Adern fließt. Wie ist euer dickes Blut dünn geworden? Wie ist euer dickes Blut dünn geworden? Deine dunkle Musa. Das Blumenmädchen. Wer auch immer das ist. Erzähl mir deine Geschichte, kleiner Schwächling. Ist deine Blume verschieden? Klinisch, ja. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt weitergezogen, wenn ich nicht gedacht hätte, dass sie eine dieser Nacht aufstehen würde. Es gibt viel, was ich zu ihr sagen habe. So. Wir sind alle Kinder der Nacht. Blutdürstend und verdammt. Nee, warte mal. Fließt das dünne Blut in euer aller Adern? Hm. Möglicherweise kann ich tiefer in die Mysterien des dünnen Blutes eintauchen. Ich hoffe, dass ihr besser Glück habt, als ich. Niemand hat mir in dieser Stadt besonders freundlich gefühlt war in dieser Stadt. Nur der Grund, dass wir in Santa Monica sind, weil wir noch nicht gebrochen wurden. Äh, euch verborgene Geheimnisse mögen sich mir dennoch offenbaren. Dunkle Zeiten, dünnes Blut und das wachsame Auge des dunklen Vaters. Lebt wohl. Jo, chill. Hast du einen Haufen Baseballschläger bewaffneter Stranddämonen gesehen? Wie seltsam ist doch die Form deiner Worte. Es ist nichts. Du redest mit jemandem, der nicht hier ist. Es ist nichts. Was war das andere? Du scheinst vor meinem Schatten zu schrumpfen. Du stotterst wie ein abgestochene Schwein. Ähm, ey, guck doch mal hier. Mein Gott. So, Haufen Baseballschläger schlägende Typen da. Ich werde diesen Buchstaben schon finden, von dem du sprichst. Lebe wohl. Zwischen D und F reise ich. Gut. Äh, nee, ihn haben wir schon. Jetzt müssen wir mit ihm noch kurz reden. Äh, er wandelt mitten unter uns und spielt sein uraltes Spiel. Weshalb suchst du nach dem dunklen Vater? Hm. Nur in Cellulite Träumen. Celluloid. Also, nur im Film. Du brauchst einen heiligen Pflock. Nee, ich will Ihnen jetzt keine Scheiße einreden. Deswegen, Film. Ach nee, das hätte ich machen sollen. Du kannst deine Transfusion mit dem Blut eines einhördigen Pferdes machen. Ja. Wir beschreiten, wir beschreiten mythische Pfade. Äh, vielleicht bringe ich auch noch spezielles Gummi zum Abschleifen deiner Zähne herbei. Jo, ähm, gut. Ich frage sie nochmal. Ja, schnauze jetzt. Frage nochmal. Ja, nee, okay. Gut, ich weiß ja, wo die sind. Die sind da oben. Jetzt lass mich nicht vorbei. Oh, scheiße. Ah, Feuer. Ah, Feuer. Ah, Feuer. Feuer ist nicht gut. Feuer ist nicht gut. Feuer ist nicht gut. Feuer ist nicht gut. Blutheilung. Bitte. Das Problem ist, ich heile damit ja gar nicht. Ha, das ist jetzt doof. Na gut, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Ist ja egal. Wir speichern erstmal. Nein, speichern. Speichern. Ja. Gut, haben wir getan. Jetzt gehen wir diese wunderschöne Treppe hoch, die auch wirklich gut gebaut ist. Und gehen hier in dieses wunderschön verlassene Gebäude. oder? So. Ah, geht's, ich will ins Nimmer-Nimmerland. Okay, okay, you can go on it. And if you really want to make my night, go ahead and start some shit in there, because I would love it. Hmm. Deine Worte hallen wieder in der weiten Leere meines Kopfes. Lebe wohl. Okay, aber will ich da freien, ne? Die Frage ist, kann ich den... Ich habe ja gespeichert. Okay. Hey, hold it. Warte. Okay, machst du so scheiße, ich habe die Lüffel mehr. Wie kann ich denn die Nummer eins? Das ist die Kacke. So. Ja. Der ist ja noch still alive, der Boy. So. So, ist er tot? Alter, Schlitz, Junge. Da hat er mal geschlitzt, sag ich dir. So, jetzt machen wir mal kurz Blutheilung. Töp 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 töh. Massen. Waaaan, hallo! Warum kann ich den Massenwahn nicht einsetzen? Mach mal auf die Tür. Also ich weiß, man hätte das auch machen können, ohne dass man erwischt wird, aber... Naja, gut. Da kann man die Tür vielleicht öffnen, Wille, danke. Öffne diese... Dann machen wir halt so. Den kann ich töten. Den töte ich jetzt, weil der ist böse. Lalalala, der wollte mich töten, also sauge ich ihn. Aus. Dankeschön. Oh, mal gucken. Ob wir das aufkriegen. Schlossstufe 4 ist kein Problem. Wir nehmen mal kurz die Blutmacht. Das ist so bescheuert, ne? Dass du den Körper manchmal nicht siehst. Wir sind auf jeden Fall... Jetzt mach doch mal auf. Ach, geh oben, Hund. Hund! Lassen Sie dies! Schnell wieder zumachen, die Tür. Hat der auf mich schon geschossen? Ist egal, ich werde ihn trotzdem töten. So. Aber jetzt lass ich mir nicht gefallen, ne? Das kann ich dir mal direkt sagen. Kann ich nicht öffnen? Das ist nicht blöd. Haben die irgendwas cooles? Nee, irgendwie nicht. Warte mal, warte mal. Hier ist das Astrolite. Das muss ich ja mitnehmen. Astrolite. Habe ich mit. So, hier pumpen die. Naja, ist ja gleich soweit. Jetzt will ich mal gucken. Ich glaube, hier kann ich halt schleichen, ne? Ah, die haben hier noch was. Nimm es mit. 250 Dollars nehme ich diese. Nehme ich jetzt meine. Hm, hm. So, dann bin ich nämlich fertig mit dem Schmuck. Und es kann ja wieder gehen. Warte mal, die Baseballschläger will ich haben. Ich kann den Baseballschläger aber nicht mitnehmen. Dann nicht. Hä, wo ist... Moment. Wo ist denn der Weg? Hä? Ach hier. Ja, easy. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit denen nochmal reden muss. Ich muss auf jeden Fall erstmal zu... Mercurio zurück. Ähm. Danke. Ich soll mit euch reden? Ach Junge. Ne, mit dem will ich nicht reden. Das ist ne heulesuse. Mit ihr nochmal? Okay. Okay. Ich vergesse es. Okay. Tschüss. Oh, was haben wir hier? Ah. Ein Holzblock. Warte mal. Hier? Äh. 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 Nein. Offenbar nicht. Wir gehen jetzt mal zu Mercurio. Zu dem leichtfüßigen Gott. Und äh. Sagen ihm, dass alles erledigt ist. Und vielleicht können wir ihn auch noch ausfragen über Thinbloods und... Was weiß ich. Das ist ja das, was man auch im Zweientel ist. Da ist man ja ein Thinblood. Kann aber auch äh... Also ein Clan-Mitglied werden. So. Wir gehen erstmal in die Main Street. Da ist ja... Guck mal, da ist er schon da. Läuft. Lalalala. Oh. Cool, da ist es so blöd. Es liegt doch hier. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Verrückt. So. So. Guten Abend. Hast du schon den Sticks überquert, Mercur? Ne. Doch nicht. Ich hab die Knaller. Ja? Habt ihr diese Sons und B****? Ja. Gut. Great. Ich hoffe, es war schmerzhaft. Habt ihr mein Geld zurückgebracht? Mh. Nö. Hm. Tung ist schmerzhaft von Therese. Therese Vormann. Du kennst sie? Insofern. Word ist Therese und Tung are feuding. Ich weiß nicht die Details. Mh. Tung denkt, dass Tung ist, dass er sich schmerzt wird. Also ist er nach unten, bis Therese schmerzt wird. Wenn du das Schmerz in die Orbe aufbauen musst, dann musst du Therese schmerzen. Du musst die Therese schmerzen. Sie ist nicht die Frau, Jeannette. Sie fahren den Asylum. Einige Kunden freakten Freakten zu diesem Ort. Ich versuche nicht zu tun. Sie ist die Frau hier. Power-player. Sie ist eine Frau für die Frau. Aber eine Person wie Stone. Wer genau? Therese? Therese, ich nicht mag, aber ich kann sie. Jeannette ist anders. Ich weiß nicht, was sie zu tun. Sie ist ein bisschen, wie du. Ich weiß nicht. Therese ist, wie du. Ich denke, so ist Jeannette. Aber ich höre über sie. Ich kenne mich sehr alt. Aber ich kann einfach nicht darüber sprechen, über diese Sache vor einer Frau. Ja. Okay. Jeannette? Ich habe eine Karte für die Wohnung. Ich habe eine Karte, die sagen, dass sie das Land haben. Aber ich fragte den Hauptmann, und er sagt, dass du typen kannst, oder nicht, oder so machen. Anyway, was sie ist, ich höre, Jeanette ist eine wilde Frau. Wer genau? Ich weiß nicht, ich selbst. Ich möchte den Mann treffen. Er ist eine lokale Legende. Er und Therese seien zu sein, zu dieser Stadt. Er ist kraftvoll. Ein smarter Mann. Ich weiß nicht, dass ich nichts schlecht über ihn habe. Mh. Also jetzt kann ich ihn ein bisschen ausfragen. Who exactly? What's to tell? I can get anything anyone wants at any time. Right. You're straight off the bus. Once a month I get fed vampire blood. Heils me faster. Makes me stronger than a normal human. I don't age. By looking at me, you wouldn't realize it, but I'm almost 60. Hm. Who exactly? Kann ich nicht über Finnplatz ausfragen? Spezifisch. Hm. Okay. Dann haben wir das erstmal alles soweit erledigt. In der nächsten Folge geht es dann weiter und dann müssen wir, glaube ich, zu Jeanette oder Therese mal gucken. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Schnauze. Da ist jemand traurig. Ciao. Shit. Westnies. König.